Oh Gott, ein Teleporter soll am Anfang macht mir noch mehr Angst. Also, ich vermute mal, den Teleporter ist für Erich, genau. So, Baljok muss hierher, bestimmt. Genau, und Olaf bei den Stacheln. Segelt runter, genau. Okay, save state. Schade, dass wenn Baljok den Bogen angespannt hat, dass er nicht so laufen kann. Schade. Tja, dann bleib dir stehen. Oh Gott, da muss man sich ja beeilen. Okay, da ist schon mal der blaue Schnüsse. Hallo? Geil! Dein Schatten-Abbild! He, geil. Kriegst du jetzt mit den Schatten zu tun? Oh yeah. Im Reich der Schatten, René. Ich hatte ein Reich. Hi, Marek. Hey cool, halt ihn auf. Oh mein Gott. You are the Devans. Haha, du hast ihn aufgehalten. Haha, du kannst drauf klöbel, du kleiner. Ich find's lol. Ich find's einfach nur lol. Okay, das hat sie gebracht. Oh lol. Oh nein, ich ahne schon was. Oh, wie süß das läuft hier rum. Oh. 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 Wie soll das denn gehen? Oh. Wie soll das denn gehen? Tja, indem du dich fressen lässt. Aua. Ja. So macht man. Nee, nee. Falsche Tasse. Wie soll das denn jetzt gehen? Ich glaube eher von unten nach oben, also springen. Stimmt. Könnte ich ausprobieren. Also die weitere untere Sprosse müsste, glaube ich, nach der Physik engine, was auch immer das ist. Muss das funktionieren. Weil wenn du so von oben anfängst, fasst du eher mehr runter. Das glaube ich klappt nicht. Nee, das geht nicht. Ich will schon. Obwohl, doch. Es geht. Es geht. Es ist knapp, aber es geht. Es geht. Es geht. ein Schwert. Ja. Jetzt ist es bloß bisschen gemeiner. Das ist fies. Das ist echt fies. Aber da die Leiter ein bisschen länger war, hat wohl Viagra genommen. und ich mache keine Schleichwerbung für irgendwelche Hilfsmittelchen okay geht dann weiter gibt's da gibt es nix er hat auch die Scheiße echt zu machen hier Olaf Olaf steht einfach nur da mit seinem Schild und so ungefähr 1 zu der Wenzel das ist jetzt gemein das ist Wahnsinn du musst halt einfach doch springen oh ja springen 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 scheiße na gut dass es hier auf diese Dinger hier stehen kann schade schade Marmelade die so gern dich gegrillt gesehen und so das glaube ich dir ach ja wir hassen dich doch alle so sehr ja ich weiß ok war das jetzt gut da könnte mal eine Bombe rein setzen nicht wieder gelber Schlüssel ne du hast gar keine Bomben was kannst du mit den anderen noch erleichen noch ein blauer Schlüssel kannst dahin ist das gut das hast du überlebt ich weiß jetzt nicht ob das jetzt richtig ist oh nein das erinnert mich doch stark an der König der Löwen hei o maja a rau oh nein Löwe René schaust du schon du kleinen Schnitzel wie Schnitzel komm her wie fang am besten hier an ja das ist eine Stufe komm komm spring spring wie soll das denn jetzt gehen das ist ein guter Anfang glaube ich von hier ach so ich kann durch die Dinger durch springen hier sag das doch schade eigentlich sonst könntest du dich aber richtig quetschen ja schön schweck quetschen ähm ja ja es funktioniert aber ne der Abstand ist gemein ja tsch könnte man jetzt halt eine das Ding das das Ding das kommt das Ding das geht einfach zu langsam nach unten ne das geht nicht wie soll das gehen kannst du das Spiel immer noch verlangsamen wie du das auch immer wieder gemacht hast naja ich glaub nicht dass das was bringt aber du müsstest hin du müsstest hin das musst du schaffen oder ich muss das irgendwie mit Anlauf ne selbst mit Anlauf nicht och moi jo wie war dein Tag heute ähm sehr erholsam und deiner sehr erholsam ich habe auf so einen komischen Typen gewartet so ein paar Stunden mhm und lege oder sehr lang ja sehr lang ok wir haben da sowas ausgemacht und und dann kam er ja nicht oder was kam er nicht ja oh ja ok ja ok aber dann würde ich zumindest anrufen ja aber es hat ja dann doch geklappt ach so kam er doch irgendwie ja dann kam er doch ja ok und nachdem er fertig gegessen hat war alles einfacher da war er auch gut drauf ja hat auch sein Optimismus versprüht ich weiß nicht wie ich hier hochkommen soll ich auch nicht aber ich glaube du musst es ja yes nein 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 oh scheiße jetzt habe ich nein jetzt war ich oh scheiße zu schnell zu schnell ja das ist sowieso Wickelsprung das ist so richtig an der Kante weißt du ja so richtig an der Kante oh scheiße ich hatte es gerade oh Gott nein scheiße René gleicht das mangelnden Talent mit seinem Optimismus wieder aus ja ich weiß ähm wir spüren seinen Optimismus gerade nicht aber es wird schon wieder ja irgendwie irgendwie ähm ja wie habe ich das gerade gemacht scheiße du könntest einen Witz erzählen ähm ne da bin ich nicht so gut drin ich hätte einen aber der ist hart 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 gemein ja äh ja jetzt brauche ich doch keine 25 speichern speicher du stellst ab faint ja der ist schon dort lol ok es gibt zwei Blausschlüssel jo so ok enfin vielleicht hättest du den näher hinlocken können Ah, scheiße. Du kannst ihm den blauen Schlüssel geben. Da musst du halt schnell sein. Stimmt. Warte mal. Nee, geht gar nicht mehr. Scheiße. Ach so. Den Revinder? Ach, du hast doch noch einen Safe State. Nimm den Safe State. Noch einen Safe State. Warte mal. Geht das noch irgendwie? Ja, geht. Geht. Du kannst ihn von hier aus noch erschlagen. Also, erschießen. Warte mal. Reicht das schon aus? Ja, okay. Ja, und du kannst ihn vielleicht sogar... Ja. Sehr gut. Speichern. Ach ja. Die Liebe. Scheiße. Erik. Äh. Ach nee, scheiße. Dann muss ich den Kack nochmal machen. Aha. Kannst du wirklich... Vielleicht geht's ja. Fällig sind die doch in der Nähe. Du kommst hier nicht mehr hoch. Ach ja, scheiße. Ach nee. Sag bloß... Du kannst ja nicht mehr hoch. Es kommt davon, dass einfach Erik so raffgierig ist und die ganzen Schlüssel an sich nimmt. Das heißt, Olaf hätte den nehmen müssen. Jetzt wissen wir, dass Olaf die Schlüssel braucht. Okay. Nochmal. Geil. Aber wie soll das... Hä? Nee, geht doch gar nicht. Du gibst ihm beim nächsten Mal die Schlüssel. Wenn ich dir eine. Ja, okay. Oder... Ich mach erst mal mit Olaf. Kannst du ja als erstes runtergehen. Genau. Mach ich das mal. Oh Gott. Die ganze Scheiße gleich nochmal, ey. So. Jetzt erst mal mit Badiok. Hier musst du wieder bo... Äh... Bo-bo-bo-bo-bo-bo. Ja, genau. Bogen an. Einmal nur. Dann gibst du ihm gleich den Schlüssel hier. Gibst du ihm gleich dann. Ja, warte mal. Und... Ha! So. Du musst... Kannst ihn ja gleich wegbogen an. Genau. Erst mal so. Nee, du. Irgendwann kommt ein Olaf. Ein Fake-Olaf. Oh ja. Mit Sicherheit. Oh oh. Obwohl, warte mal. Der Erik, der musste doch auch... Durch... Der kommt hier vorbei, ja? Genau. Haha. Sehr gut. Und Badiok kann doch eigentlich schon mal den Telefon. Er kann schon weg. Genau. Er muss. Obwohl, der könnte da... Ja, der kann ja nicht springen, genau. Nee, nee. Der kann nicht springen. Ich hasse euch so. Dass ihr nicht springen könnt. Und nächstes Mal bringe ich euch das bei, ja? Nein. Blöder Sack. Geh. Okay. Jetzt ist er da. Jetzt kommt Erik. Mr. Erik. Oh nein. Jetzt kommt das wieder mit den Nightharm. Yay. Das hat mir aber doch so viel Spaß gemacht, René. Ja, dir ja. Aber nicht mehr. Ja. Ich habe jede Menge Spaß, ja. Du gibst ihm dann gleich den Schlüssel dann. Hello. Und dann kann Olaf gleich den Goldenen holen. Warte mal. Ja. Ja, okay. Währenddessen rumpelt er so rein. Ja, das ist Olaf's. Hey, Erik. Was willst du von mir? Hey, hier gebe ich den Schlüssel. Aber erst waschst du dir die Hand. Zegel. Super. So cool. Wieder runter segelt. Warte, Badiok. Hier kommt er fort. Okay, warte mal. Krass. Bevor ich den Schlüssel benutze, mach ich jetzt mal mit Erik weiter. Machst du? Ja, mach ich. Der Teil war ja ganz nett, finde ich. Ja, der ging noch. Den hast du gemacht. Den hast du sehr schön gemacht. So. Da muss man den Let's Play hier schon ein bisschen loben, ne? Ja. Lobt ihn doch mal ein bisschen. Genau. Das motiviert mich noch am bisschen. Äh, der arme René. Ja, eben. Braucht es auch mal ein bisschen. Ja, vor allem bei dem Spiel. Und auch einer der großen YouTuber, ne? Ach, ich doch nicht. Schon? In meinen Augen schon? Ich sehe, äh, auf dich auf, äh, oder wie man das sagt. Vorbildfunktion. Ja, jetzt bist du da, jetzt. Okay, warte mal. Hm, also definitiv muss Olaf hier runter. Das sind schon Stachel. Ja. Aber, warte mal. Äh... Was kann er? Was kann er dann? Bomben hast du nicht mehr. Scheiße, der hätte da oben bleiben müssen, ne? Wäre oben eine Bombe gewesen? Hm, warte mal. Nee. Da wäre noch ein blauer Schlüssel. Da ist ein blauer Schlüssel. Ja. Es wäre für seinen Teil, weil der kommt ja hier durch. Jetzt mach es mal einfach mal. Wir werden sehen, was dann passiert. Das kann unmöglich war, die auch geschafft. Nee, muss er völlig auch gar nicht. Hallo. Okay. Gut, dann bleibt er hier mal stehen. Ja. Äh, kann er sich teleportieren? Unser Freund, hier. Also nicht er, sondern der andere. Nein. Dass er hier reingeht. Ach so, stimmt. Nee, geht nicht. Scheiße. Also, er hätte oben bleiben sollen. Also da, wo der Teleporter jetzt da ist. Ups. Nee, das hätte er aber auch nicht geschafft, oder? Kacke. Ich glaube, ich muss noch mal von vorne machen. Bin ich sicher. Ja, doch. Ich mach's mal. Kann's ja mal machen. Ich mach's mal auf Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen. Gib mir die Waffe in den Mund, und? So, warte mal. Nochmal. Am besten erst mal mit Barrio. Das auf jeden Fall. So. Das ist jetzt das. War das jetzt ein Holpster, oder war das, was war das jetzt? Das war alles möglich, aber ein Scheiß auf jeden Fall. Okay. Ja. So, warte mal. Hoffentlich reicht das. Ich muss nicht, du bist zu arbeiten hier. Hoffentlich reicht das aus, jawohl. Reicht. So. Wo ist der falsche Barrio? Da. Hat aber was. Blech die gute, grülle Haare und so. Oh. Ich hab doch viel besser, als euch gerade. So. Aaron, du bist. Jetzt stimmt ein bisschen die Verwicklung. Man hört sich jetzt nur noch so verstockt. Wenn du mich anrufen hast, wird das auch ein LP zu hören sein. Warte mal. Aber du siehst noch alles, ne? Ja, freilich. Gut. So. Erik. Gib du mal Olaf den Schlüssel. Genau. So. Du landest jetzt hier. Nee, 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 nee. Ich muss erst mal die Betas aktivieren. So. Und das war falsch. So. Hört man mich wieder besser? Ja. Gut. Ich hab ein bisschen gewartet. So. Alles klar. Ist ja auch schon spät fürs Internet, was? Ja, stimmt auch wieder. Das arme Internet muss schlafen gehen. Ja, da muss es aber noch ein bisschen warten. So. Rutsch mir hier nicht aus bei der Schokolade da, ja? Nicht, dass du dir das Genick brichst und so. Achte schon darauf. So, das hat er schon mal geschafft. Gut. Nee, hä? Genau, das meinte ich ja. Nee, da ist er nur wieder hier zurück. Hä? Wo muss er dann hin? Jetzt lass ihn mal vielleicht noch hier stehen. Lass ihn noch mal zur Sicherheitshilfe und mach ein Safey. Stimmt. Safe State dann praktischerweise. So, Schlüssel. Gelber Schlüssel. Hallo. Warte mal. Ja. Also er muss auf jeden Fall runter. Ja. Das auf jeden Fall. Also. Ah, ich glaub. Ja, 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 ja. Ich hab's. Aber das dauert ewig jetzt. Das funktioniert nicht. Das funktioniert. Ach. Ach ja, stimmt. Doch, doch, doch. Ja, das geht tatsächlich. Okay, das dauert aber jetzt ein Weilchen. Nein, scheiße. Bloß weiß ich nicht, ob das was bringt. Schau mal mal an. Das ist immer der Show. Okay, das geht ja gar nicht. Da ist ja jetzt ein Trampolin. Ja, versuch's mal. Schau mal, was passiert. Schau mal, was passiert. Oder? So, warte mal. Geht's? Warte, warte, warte. Scheiße. Nee, scheiße. Hä? Wo muss Bali auch gehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich denke schon, dass er hier hoch müsste. Warte mal. Ausprobieren. Schau danach aus, irgendwie. Dass er dahin... Vielleicht muss er doch einen Weg noch vorbereiten. Meinst du jetzt Olaf? Ja, dass er da noch hoch muss. Oh mein. Stimmt, das kann auch sein. So. Ach du Kacke. Ja, also ist auf jeden Fall sein Weg. Ja, toll. Also das ist sein Weg. Aber wie soll er denn hier nach oben? Ja, tut mir leid, aber... Ich weiß es echt nicht. Ich weiß. Hä? Oder... Nee, mit Olaf... Äh, mit Erich? Das wird nicht... Wird nicht funktioniert. Na. Er kommt aber nicht hoch. Da müsste Olaf starr stehen jetzt. Ja. Was er natürlich jetzt nicht mehr kann. Ja. Oder, warte mal. Warte mal. So. Geht es vielleicht? Also für Erich schon. Ach so, ach stimmt, ja. Es ist wirklich blöd, dass beide nicht springen können. Das ist so eine Millimeter-Sache. Ach, geht doch. Okay. Nein. Ach nee. Von der Kampen, Erich, ja. Ja. Ähm, ja. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das ist ja auch nicht öffnen, oder? Naja, ach so, stimmt. Wie... Wie soll das gehen? Ich überlege auch gerade. Dann bin ich so... Wortkack. Ja, das ist Erichs Teil. Das ist Erichs Teil. Ich bin... Warte mal, lass ihn mal springen. Wen? Olaf? Ähm... Ähm... Oder Baljok? Dass er immer hin und her springt. Meinst du jetzt Baljok? Passiert dann... Baljok, ja. Okay. Dann stell dich mal als Olaf drunter und versuch den dann irgendwie unter das Schild zu kriegen. Ja. Und doch irgendwie weiter transportierst, dass das funktionieren kann. Okay, gut. Ah, chronigende Spiele. Verdammt. 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 Also ey, da hab ich ihm jetzt aber dreimal geholfen. Das schreit nach Pluspunkte hier. Ja, aber... Auf jeden Fall. Ja, aber bitte. Aber bitte mit Zahne. Äh... Ob jetzt... Bitte mit... Juhu. Genau. Äh... Okay. Was bringt mir das jetzt? Dem passiert nichts, wenn der runterfällt, weil da unten ist so ein Fehler. Der kommt ja hier runter, wenn du dann den Schlüssel verwendest. Okay. Also, er segelt jetzt runter. Mach erstmal das. So. Und... So, das ist relativ safe hier da unten. So, speichern. Dann verbarrikadierst du den schon nochmal ein bisschen. Am besten wäre, wenn er auf der anderen Seite wäre. Oder hier so machen, genau. Und jetzt holst du ihn. Juhu. Passiert ihm nichts, weil... Fällt ja runter. Dann machst du das hier kaputt. Perfekt. Jo. Okay. Ich laufe den... Das komische Ding oder die Kanone hat aufgehört. Schieß auch ne... Mhm. Zu schießen. Okay. So. Jetzt erstmal das komische Alien-Monster besiegen. Gut, dann sind beide safe. Die sind jetzt auf der Seite. Ja. Safe safe. Okay. So. Oh, geil. Yeah. Jawohl. Und dann kommt Erik. Ja, okay. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ah, nee, nee, nee. Jetzt kommt ja noch Eriks Teil. Ja, ja, schon. Aber das kriegst du auch... Oh, ja, das... Das mit dem Plattgang. Oh. Oh, das war das mit dem Sprung, ey. Ja. Das war... Hat aber geklappt, hätte ich auch nicht gedacht. Aber versuchen, ihr Tom? Mein Scheiße. Oh, Mann. Wie... Wie hab ich das vorhin gemacht? So. 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 Und... Jawohl. Okay, gut. Und das war's noch nicht. Scheiße. Ähm... Dass man das hier übergeben kann. Warte mal. Äh, ist ja egal, ob Baljok oder Olaf das macht. Ja, lass mal... Lass mal, ähm... Baljok. Ja, Baljok das machen, weil Baljok war echt jetzt fleißig. Ich weiß nicht, ob wir noch lange so weitermachen können. Und ob wir können. Wir sind Wikinger. You. You. Danke, das habe ich gebraucht. Genau. Immer ein bisschen mehr Motivation. No, wir sind... Jetzt noch mehr Motivation. Also... Schrauben. Wenn du... ... ... ... ... ... ... ... ... ...